Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Wir sind wieder da mit einer neuen Reaction auf unseren Schweizer Broski, Levi, Dicker. Er hat einen neuen Song rausgebracht, ich glaube, von zwei Wochen schon. Und sein Album oder seine EP ist mittlerweile auch draußen. Checkt ihr auf jeden Fall ab, Jungs, alles in der Beschreibung. Und ich würde mal sagen, Dicker, wir gehen rein bei dem Song und hören uns an, wie der Song ist. Die letzten Songs haben uns sehr gut gefallen. Ja, der letzte Song hat meine Playlist gekauft. Stabil, ehrlich, stabil. Das war mehr Michelin-Geschmack. Ich fand das ganz okay. Mal gucken, ob der Song neuest ist, Dicker. Wir gehen rein. Let's go. Herzlich willkommen ins Amigo Amoisman. Heute Abend mit unserem Megastar Leven präsentiert Pounds. Ey, Quatt, Dicker. Was sagst du zu Quatt? Quatt. Du bist doch letztens das erste Mal mit Quatt mitgefahren, ne? Quatt, das hat er gefahren. Was sagst du zu Quatt? Quatt, heftig. Quatt ist krass, ne? Ja. Du musst dich auch mal auf jeden Fall mitfahren. Aber ich will lieber Motorrad. Ah ja, Quatt ist krass. Deng, Motorrad ist krasser Weg. Halt auch mit dem Motorrad. Ja, der eine ist aus dem Asien-AZM-Rocky, ne? Ja, cool. Alter, das ist richtig cool, Dicker. Ja, der Asien-AZM-Rocky. Ey, coole Leute, Dicker. Sieht jetzt schon fresh aus. Und das ist Schwe... Hä? Er rippt auf Schweizerdeutsch. Nein, Englisch auch, ne? Er mischt, ne? Er mischt. Das ist ja nicht nur Schweizerdeutsch. Das hört sich auch richtig fresh an. Wenn du normal Leute Schweizerdeutsch reden hörst, abkörn. Lass mal. Aber das hört sich cool an. Don't stop now. Baby, dribble up and up now. Don't, 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 don't for me and shawty. Uh-huh. Yeah, I'll hit the player party. Buss it up and on the D-Lo. Go, please get that dirt, it's the G-Code. Be the big booty tries me. Dicker, nice, das ist nice, Dicker. Let's go, 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 shawty. Ja, steig. Das ist nice, Dicker, das gefällt mir. Steig, steig. Das Gute ist auch, diesmal haben wir ein Video gemacht. Letztesmal war er noch ein bisschen leiser. Ja, ja. Videos sind drunter, aber geiler. Ja, ich geb mir gerne Musik mit Musikvideo. Ja, ich auch. Aber dann verformt auch gut. Auf jeden. Go, go, work team party. Call a shot, shot, shot to the party. Home, drop it like it's hot. Nur für mich. Also bounce the ass. Bring it up a piece and bow the mirror. Love, take it catch. So my flexi, meet the note. The guilty lap dance. Turn it nochmal wiederhole. Pop, pop, prosecco. Gena, so sie mir am Baller. You're a step, correct. Ja, du weißt, wie nicht flex. In the London pack, dreams. Weißt, wie nicht ex. Na, mich solitär. Weil du weißt, wie nicht ruhig. Wenn sie wie mir riecht, Ich höre, ich sage, das ist der Best Song, den ich von ihm bis jetzt gehört habe. Real Talk. Was gehört das? Real Talk, das ist für mich der Beste. Ich wusste, bis Ende einer Weile. Ich finde, das ist für mich der Beste. Gibt einen coolen Vibe, Digga. Video ist cool mit seinen Jungs. Ey, das ist cool, man. Feier ich. Bop, 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 bounce for me, shawty. Miran, hit the player party. Don't stop that. Ey, diese Dings. Du magst doch diese Effekte, ne? Welche? So ein Effekt zum Beispiel, Alter. Das ist richtig geil, ne? Krass. Wenn man sowas auf Instagram postet, das ist richtig nice, Alter. Ich würde es heute auch gerne posten, aber ich kann es nicht. Hä? Ja, ich kann das nicht. Sonst würde ich das auch posten. Ich würde das auch machen, Digga. Da würde ich auch wieder Bilder posten, aber... viel. Oh, wie das ist cool. Ich finde es richtig cool, Digga. Coole Biles, Alter. Man hat Bock so auf Party und so. Nice, Digga! Die Damen hätten ein bisschen aufbetten können und so noch besser sein können, aber ist okay. Man kann damit arbeiten, ist okay. Boah, Junge! Ich schwöre, ich kippe am Bentley! Das ist also nach Lamborghini Urus mein Traumauto. Digger, Lamborghini, Bentley, Continental GT, der neue Jungs. Dann hat er seinen Wagen. Boah, guck mal, wie der... Heftig! Guck mal, wie cool das auch bei ihm aussieht, Digga! Er fett gerade. Boah, Digga, was für eine Szene, Alter! Digga, das ist voll auf Ami, Alter! Was für Schweins, Digga! Ja, das ist richtig cool! Also, das ist wirklich ein sehr nice Retour! Boah! Ey, cool, Alter, sieht doch voll fresh aus, Digga! Dann sage ich, jeder sieht sehr fresh aus dein Bruder, Digga! Ich glaube, das ist schon dein bester Song, Alter! Ja, safe! Video auch, wunderbar geil, ne! Sehr nicees Video, Alter! Ich bin so weit beim Videodreh, hast du damit gut! Sehr! Äh, der war kreativ! Direktiver Director! Ja, sein Kopf! Nice! Sehr nice! Also, Real Talk, Jungs! Stark! Sehr starker Song! Sehr ein besserer Song bis jetzt, den ich gehört habe! Vielleicht hat er noch bessere und ich habe den nicht gehört, aber ich finde, das ist ein sehr cooler Song! Ich finde ihn auch sehr cool! Der Vibe im Video ist cool, das Video ist cool! Er sah fresh aus! Die Damen hätten ein bisschen cooler... Ist okay! Ist okay! Die Jungs waren cool! Alles cool! Ja! Fand ich sehr nice! Boah, Jungs! Super! Sehr starker Song! Checkt den Livan auf jeden Fall ab! Checkt auf jeden Fall ab, Jungs! Link in der Beschreibung! Ja, Mann, das ist wichtig, Alter! Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns Jungs! Haut rein! Buh!